Ich weiß nicht, welcher Teufel die SPÖ reitet. Ich komme damit schon zum Abschluss. Aber da muss man sich fast fremdschämen für den Unfaller, der hier einmal mehr von Seiten der Sozialdemokratie passiert ist. Ich glaube, die Frau Parteivorsitzende Randy Wagner hat den Namen falsch interpretiert. Eintrittstest. Sie hat wahrscheinlich gemeint, dass wenn man dem zustimmt, ist das dann der Eintritt für sie in die Bundesregierung als Gesundheitsministerin. Ich sage das deshalb, weil mich im Vorfeld dieser Pressekonferenz führende Sozialdemokraten kontaktiert haben mit der Bitte, das heute hier zu artikulieren, weil sie es selber nicht dürfen. Weil es ist ein offenes Geheimnis, dass es engste Kontakte gibt zwischen Bundeskanzler Kurz und der Frau Randy Wagner. Das geht weit über den normalen Informationsaustausch zwischen Parteichefs hinaus. Da geht es ganz konkret um einen fliegenden Wechsel. Die Grünen raus aus der Regierung und die SPÖ hinein. Und die Frau Randy Wagner war ja schon so weit, wenn sie nicht in letzter Sekunde noch von Sozialdemokraten aus den Ländern zurückgepfiffen worden wäre. Mir tun ja die Grünen schon fast leid. Also die sich da demütigen lassen vom Bundeskanzler in Gestalt des Herrn Anschober, gleichzeitig der ÖVP die Treue halten und die ÖVP bandelt auf der anderen Seite schon mit der Sozialdemokratie an. Also die docken ja leichter an, die Schwarzen docken ja leichter an bei der SPÖ als ein SARS-CoV-2-Virus bei einem Körper ohne jede Abwehrkraft. Und es gibt vielleicht auch noch ein zweites Motiv, das möchte ich auch nicht verschweigen, was es der SPÖ leichter macht. Die SPÖ ist ja jetzt auf die Idee gekommen, sozusagen in der Teststrategie diese Wohnzimmertests zum Einsatz zu bringen. Und wie es der Teufel haben will, sind diese Wohnzimmertests ein Produkt der Firma Siemens. Und Sie wissen ja, dass die Firma Siemens so etwas Ähnliches wie eine personelle, wie soll man das sagen, Problemstoffsammelstelle für gescheiterte SPÖ-Politiker ist. Und in dieser Siemens-Konstellation findet sich genau in dem Bereich, der für diese Tests zuständig ist, die Frau Wesseli. Die werden also dort auch ein ordentliches Geschäft machen. Und wir haben uns jetzt erkundigt, diese Tests, diese Nasenbohrtests, die jetzt in der Schule zum Einsatz kommen sollen, das sind Tests der Firma Siemens. Allerdings hat man dabei offensichtlich eines übersehen. Diese Tests sind bis dato für die Anwendung von Laien nicht zugelassen. Also man braucht für die Durchführung dieser Tests medizinisch geschultes Personal. Das ist übrigens auch das genaue Gegenteil von dem, was uns der Unterrichtsminister erzählt hat. Sie sehen, die Zwangsmaßnahmen gehen weiter, das Chaos geht weiter, aber auch der Widerstand der Freiheitlichen Partei im Parlament und außerparlamentarisch wird an Intensität zunehmen. Das ist übrigens auch das genaue Gegenteil von der Freiheitlichen Partei. Das ist übrigens auch das genaue Gegenteil von der Freiheitlichen Partei.